Sagen Sie das Wetter nach Art der alten Seefahrer voraus und profitieren Sie von jahrhundertelang erprobten Methoden. Dieses Fitzroy-Glas von Pearl macht es möglich. Ob Fensterbank, Gartentisch oder Wohnzimmerregal, der schlichte Glaszylinder mit hochwertigem Holzstandfuß passt in jedes Wohnkonzept. Die Salzkristalle im Innern des Behälters reagieren sehr empfindlich auf elektromagnetische Wellen in Verbindung mit Änderungen bei Luftdruck und Temperatur. Ein Blick genügt. Naht gutes Wetter ist die Flüssigkeit ganz klar. Je schlechter das Wetter wird, desto mehr Flöckchen bilden sich. Mit dem Fitzroy-Glas wissen Sie immer, welches Wetter vor der Tür steht. Und das ganz ohne hässliche Quecksilberbarometer oder stillose Digitalanzeigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017